Noah Hecke, herzlichen Glückwunsch. Tag 2, Olympia-Qualifikation. Tag 2, zweiter Sieg für dich. Es ist erstmal schon eine ganz gute Ausgangsposition, auch wenn du natürlich noch nicht durch bist. Aber dennoch, wie empfindest du es jetzt erstmal für dich? Ein bisschen Stein runtergefallen vom Herzen? Ja, ich bin erstmal zufrieden mit meiner Performance. Dass es zweimal im Finale so aufgeht, bin ich happy mit. Aber wie schon angesprochen, es ist jetzt erstmal das erste Wochenende und am nächsten Wochenende geht weiter. Und da geht es darum, diszipliniert weiter zu trainieren und fokussiert. Und dann freue ich mich aufs nächste Wochenende. Hast du ein spezielles Ritual vor einem Rennen? Ein spezielles Ritual? Ich habe meine Routinen, die ich mache, womit ich mich sehr wohl fühle. Und dann versuche ich immer, zum Wettkampf hin zu pushen. Wie liegt dir Mark Lähberg? Die letzten Trainingseinheiten haben Spaß gemacht dort. Dementsprechend freue ich mich. Aber es ist immer auch eine Umstellung vom Eiskanal wieder zurück auf den Kanal mit Pumpen. Die Fließgeschwindigkeit ist ein bisschen eine andere. Dementsprechend hoffe ich, dass ich mich möglichst schnell darauf einstellen kann und freue mich drauf. Dann viel Glück dabei. Vielen Dank.